Mein Name ist Nadine, ich studiere an der Hochschule Makromedia in Stuttgart. Ich bin jetzt im zweiten Semester Internationales Management. Also ich habe mir jetzt überlegt, im zweiten Semester ist natürlich immer noch weit weg dann der Bachelor, aber ich würde gerne in die Unternehmensberatung gehen. Ich hoffe, dass das was wird, aber vielleicht finde ich auf dem Weg noch was, was noch besser passt oder mir noch mehr Spaß macht. Im dritten Semester geht es jetzt folgendermaßen weiter, dass ich die Partnerhochschule in Camarillo, Kalifornien besuche. Und da geht mein Studium einfach weiter. Ich werde dort die gleichen Kurse besuchen und ich freue mich sehr auf die Zeit dort. Es wird bestimmt ein tolles Erlebnis. Also im Moment ist ja der wirtschaftliche Wandel im Fokus und dort lernen wir eben, wie man dem am besten begegnet, wie man am besten damit umgeht, was das überhaupt bedeutet, wenn sich die Wirtschaft verändert. Und ich hoffe, dass mich das dann auch gut auf meinen späteren Bundes vorbereitet. Also ich finde, Veränderungen sind immer gut. Man kann den Horizont erweitern, man muss immer was Neues ausprobieren. Ich persönlich bereise gern andere Länder, lernen andere Sitten kennen, einfach ein ganz neues Leben. und deswegen bin ich für Veränderungen. Ich habe mich deswegen für Kalifornien entschieden, weil ich sehr gerne nochmal in die USA möchte. Ich war dort schon einmal und ich freue mich jetzt auf die kommende Zeit. Ich freue mich. 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 Ich freue mich.